Kapitel 2 Der Ablauf der Transmutation Regeln für dysfunktionale Muster Schritt 1 Benehm dich in Rom wie ein Römer Bei der Ankunft auf der irdischen Ebene hatten sie Anweisung, vollständig einzuschlafen. Genauso wie die einheimische Bevölkerung. Sie sollten ihre wahre Identität und alles, was sie wussten, vollkommen vergessen. Weil die meisten von ihnen als Babys eingetroffen sind, war das nicht schwer. Alle kulturellen Institutionen unterstützen den Erinnerungsverlust und im Laufe der Jahre wurde es immer einfacher. Versehentliche Schnitzer ihrerseits erfolgten höchstwahrscheinlich während der Kindheit und wurden problemlos als Auswirkung einer übersteigerten Fantasie abgetan. Da Fantasie die dysfunktionalen Abläufe dieser Welt bedroht, wurde sie ihnen von den erwachsenen Einwohnern des Planeten vermutlich so schnell wie möglich ausgetrieben. Was ihre Eltern nicht unterdrücken konnten, hat höchstwahrscheinlich die Schule in Grund und Boden gestampft. Das ist schließlich die Spezialität dieser Einrichtung. Auf diese Weise trugen die einheimischen Bewohner des Planeten unwissentlich zur Geheimhaltung ihrer Anwesenheit und zum Schutz der Mission bei. Schritt 2 Benimm dich in Rom wie ein Akturier. Das Verhalten vor Ort. Grundregeln. Schritt 2 des Transmutationsprozesses kann erst beginnen, wenn Schritt 1 erfolgreich abgeschlossen ist. Kurz gesagt, Sie müssen in der Lage sein, als Einheimischer durchzugehen und dürfen nicht nur so tun, als ob. Bevor Sie Schritt 2 in Angriff nehmen können, müssen Sie also den Zustand totaler Dysfunktionalität erreicht haben. Wenn Außerirdische, die sich für den Einsatz auf dem Planeten Erde inkarniert haben, schließlich an einen Punkt gelangt sind, an dem sie nicht länger in der Lage sind, Nahrung, Trinkwasser oder Atemluft zu verlangen, ohne sich dabei umzubringen, dann muss Ihnen klar werden, dass Schritt 1 der Mission erfolgreich abgeschlossen ist. Die Inkarnierten sind echte Erdlinge geworden. Jetzt kann Schritt 2 erfolgen. Das Coming Out Vielleicht erinnern Sie sich dunkel an das Sprichwort Benimm dich in Rom wie ein Arcturier. Wenn nicht, wühlen Sie nicht in Ihrem Gedächtnis. Selbst wenn Sie sich noch daran erinnern sollten, ist die Pointe dieses Spruchs für Sie wahrscheinlich nicht unmittelbar einsichtig. Das einprägsame kleine intergalaktische Sprichwort wurde formuliert, um das Wesen von Schritt 2 des Transmutationsprozesses auszudrücken. Bei dieser Prozedur geht es darum, dass Sie zu Ihrer wahren Identität erwachen und alles vergessen, was Sie bis zu diesem Punkt gelernt haben, sodass Sie sich an das erinnern können, was Sie bereits wussten, bevor Sie herkamen. Mit anderen Worten, Sie müssen die gesamte Identität wegwerfen, an der Sie Ihr ganzes Leben lang so mühsam gearbeitet haben. Ahnen Sie jetzt, warum wir sagten, dass die Pointe für Sie unter Umständen nicht unmittelbar einsichtig ist? Alle Straßen führen fort von Rom Ja, Sie haben den letzten Absatz richtig verstanden. Sie müssen sich aus Ihrer alten Identität zurückziehen und sich von einem Rom lösen, das im Niedergang begriffen ist. Erst sind Sie gründlich eingeschlafen und nun wird von Ihnen erwartet, dass Sie ebenso gründlich wieder aufwachen. Es ist jetzt an der Zeit, jede falsche Identität abzulegen. Es ist an der Zeit, das zu vergessen, was Sie gelernt haben und sich stattdessen mit dem zu befassen, was Sie im tiefsten Innern wissen. Nun beginnt der ehrfurchtgebietende Prozess der Veränderung der menschlichen Geschichte. Jetzt ist die Zeit für alles und jetzt ist hier. Zur Erinnerung. Manche von Ihnen fragen sich wahrscheinlich, warum ein so qualvoller Weg zu dem gewünschten Ziel gewählt wurde. Diese Frage macht deutlich, dass Sie schon zu lange auf diesem Planet sind und sein dysfunktionales Denken teilweise oder sogar vollständig übernommen haben. Denken Sie daran, dass dieser Planet nicht gerade ein Vorbild für rationales Denken ist. Was hier als gesunder Menschenverstand durchgeht, jagt dem Rest des Universums kalte Schauer über den Rücken. Es ist nötig, die Dysfunktionalität des Planeten vollständig in sich aufzunehmen, um seine Muster auf legitime Weise unschädlich machen zu können. Jede andere Methode würde eine Invasion erfordern und Invasionen führen wir nicht durch. Wir verändern, indem wir uns das Recht dazu verdienen. Keiner Wesenheit ist es erlaubt, eine fremde Welt zu betreten und die dortigen dysfunktionalen Muster außer Kraft zu setzen, ohne sie gelebt zu haben. Das entspricht dem universalen Gesetz, das wir repräsentieren. Wir haben zwar von vielen von Ihnen Eingaben erhalten. Nicht selten war es der Aufschrei, Aber wir erinnern Sie mit Bedauern daran, dass Sie sich zu etwas anderem verpflichtet haben. Es geht nicht darum, hier herauszukommen. Es geht darum, hier mehr Licht hereinzubekommen. Erinnern Sie sich. Interessante Fakten zum Thema Transmutation Die präkodierte Aktivierung Die zum Zweck der Mission auf die Erde verbrachten Wesenheiten wurden zuvor darauf kodiert, zu dieser Zeit aufzuwachen. Das bedeutet, ihre DNS-Strukturen wurden genetisch so konstruiert, dass sie wie Zeitbomben in einem bestimmten Moment hochgehen und sich auf eine größere Lichtquantität einstellen, als die gegenwärtige Version des Menschen gewohnt war. Der Zeitpunkt dieser genetischen Detonation ist jetzt! Raum-Zeit-Anomalien und ihre physikalischen Funktionen A. Die Dimensionsverschiebung Im Moment werden auf ihrem Planeten Zeit-Raum-Anomalien erfahrbar. Die meisten Menschen haben das seltsame Gefühl, dass es nicht mehr so viel Zeit wie früher gibt. Eine typische Äußerung dieses Gefühls ist etwa der Ausruf Meine Güte, wie die Zeit davon rast! Der Grund dafür ist allerdings, dass tatsächlich weniger Zeit da ist. Im Verlauf einer Dimensionsverschiebung muss die Zeit zunächst zusammenbrechen, um einen neu dimensionierten Raum zu erschaffen. Umgekehrt bricht der Raum zusammen, um eine neu dimensionierte Zeit zu erschaffen. Mit anderen Worten, für die Zeit-Raum-Beziehung, die eure dreidimensionale Realität festlegt, hat das letzte Stündlein geschlagen. Jetzt ist ein tatsächliches Ereignis. Es bezieht sich nicht allein darauf, in der Gegenwart zu leben, obwohl dies dringend empfohlen wird. Es gibt tatsächlich eine Zeitverwerfung. Und sie wird sich immer weiter beschleunigen, bis jetzt ganz erreicht ist und sich die Dimensionen zu guter Letzt vernetzen können. Es ist etwa so, als würde ein Schiff im vorbestimmten Augenblick an einem Raumhafen andocken. Es gibt schon jetzt mehr jetzt als noch vor ein paar Monaten und es ist noch mehr jetzt unterwegs. Wenn die Einsatzleitung oder irgendein Mitglied der Allianz feststellen, jetzt ist die Zeit, erinnern wir sie an ihr genetisches verankertes Einverständnis und meinen es gleichzeitig ganz wörtlich. b. Die genetische Verschiebung Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Anomalie ist, dass ihre DNS-Codes vor ihrer Abreise so eingestellt wurden, dass sie sich jetzt aktivieren. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, geschah dies nicht bei ihrer Geburt noch zu irgendeiner anderen Zeit, sondern jetzt. Sie haben zwar schon viel Jetzt durchlebt, dieses aber noch nicht. Von dem Jetzt wird die genetische Verschiebung ausgelöst, um mehr Jetzt zu ermöglichen und der Grad ihres Erwachens steht in direktem Zusammenhang mit dem Grad an Jetzt, den sie erleben. Denn Jetzt bestimmt dieses Erwachen. Anmerkung In einem Notfall kann Jetzt augenblicklich hervorgebracht werden, wobei alle DNS-Codes gleichzeitig aktiviert werden. Es ist ein bisschen wie die Mobilmachung sämtlicher Reserveeinheiten und wir möchten ein solches Vorgehen möglichst vermeiden. Sanftere Herangehensweisen sind uns lieber. Weitere Informationen unter Vorkehrungen für den Notfall im Kapitel Krisenmanagement Deprogrammierung Während sich auf dem ganzen Planeten die Transmutation der genetischen Struktur entfaltet, wird Ihr präkodiertes genetisches Programm aktiviert werden. Zunächst werden Sie ziemlich benommen damit beginnen, sich vom alten System zu entprogrammieren. Ihre Identität wird aus der dritten Dimension herausmarschieren, während Ihre Persönlichkeit und Ihr Ego vielleicht mehr dazu neigen, sich an das sinkende Schiff zu klammern. Während sich die alten Programme einer sterbenden Welt auflösen, spüren Sie vielleicht ein gewisses Unbehagen, als würde Ihre gesamte Welt zerfallen. Während dieser Übergangsphase kann es nützlich sein, daran zu denken, dass Sie ein interdimensionaler Meister und Experte für die Transmutation zerfallen. Wirklichkeiten sind. Sie haben dergleichen schon oft durchgeführt. Einsatzbericht Alles, was Sie während Ihres Aufenthalts auf dem Planeten Erde erlebt haben, ist für die Einsatzleitung von äußerstem Wert. Informationen über Wesen und Folgen der menschlichen Dysfunktionalität sind für uns allerdings kaum von Interesse. Wenn wir nur darüber etwas erfahren wollten, könnten wir genauso gut eine Zeitung lesen. Aber die Tatsache, dass Sie die menschliche Abspaltung durchlitten haben, hat große Bedeutung. Warum? Weil bei Ihrer Transmutation alle dysfunktionalen Muster, die Sie freiwillig übernommen haben, mit Ihnen transmutiert werden. Auch wenn Sie sich vielleicht im Augenblick nicht daran erinnern, Sie haben darin eingewilligt, der Erde bei Ihrem Geburtsprozess ins Licht hinein zu helfen. Inhalt dieses Abkommens war, dass Sie die Verleugnung, die Sie gehegt und aufgrund wiederholter falscher Behauptungen für Ihre wahre Persönlichkeit gehalten haben, sowie alles, was Sie auf der menschlichen Ebene repräsentieren, transmutieren würden. Sie haben eingewilligt, all dies zu genau dem Gewebe zu transmutieren, aus dem das neue Gewand einer geläuterten Welt entstehen soll. Entsprechend wertvoll ist uns Ihr Einsatzbericht, denn es handelt sich dabei um einen heiligen Akt. Hilfreiche Hinweise für die Wiederkunft Die Wiederkunft oder zweite Ankunft des Messias steht unmittelbar bevor und Sie sollten sich bereithalten. Das ist vor allem deshalb eine gute Idee, weil Sie es sind. Sie sind die Wiederkunft. Die Einsatzleitung möchte auf diesen Punkt nicht groß herumreiten, weil uns bewusst ist, wie belastet dieser Begriff aufgrund 2000-jähriger systematischer Verleugnung ist. Daher geben wir Ihnen nur noch einen weiteren hilfreichen Hinweis. Werden Sie Ihr eigener Messias. Worauf warten Sie noch? Diese Aussage hat absolut nichts mit Ketzerei zu tun. Wir wollen die ganze Angelegenheit damit lediglich auf den Punkt bringen. Denn nur darum dreht es sich bei dem gesamten Transmutationsprozess. Die Einsatzleitung möchte hierzu keinen weiteren Kommentar abgeben. Und das geht mit Ketzerei. Ja, die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020